Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Briefwahlen. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Vor jeder Wahl wird den Wahlberechtigten die Möglichkeit gegeben, die Wahlunterlagen über eine Briefwahl zu beantragen und die Stimme vorzeitig über den Postweg abzugeben. Die Briefwahl ist ursprünglich geschaffen worden, dass Wahlberechtigte mit einem Wohnsitz im Ausland oder Personen, die aus gesundheitlichen Gründen das Wahllokal nicht erreichen können, auch an der Wahl teilnehmen können. Leider wird diese Möglichkeit mittlerweile der Bequemlichkeit dienend auch von Personen genutzt, die normal an einer Wahl teilnehmen könnten. Abgesehen davon, dass der Aufwand aus Steuergeldern erheblich höher ist für die Briefwahl, birgte sie Risiken. Vor allem das Risiko, dass die abgegebene Stimme nicht gezählt wird. Es gibt viele Personen, die in der Briefwahl ein Manipulations- und Betrugsaufkommen wittern. Auch wenn die Möglichkeit, dass Briefe mit Wahlunterlagen nicht im Zählraum landen, gegeben ist, muss man nicht immer von einem Betrug ausgehen. Die Deutsche Post AG gibt selber an, dass an jedem Arbeitstag 70.000 Briefe verloren gehen. Das sind in den sechs Wochen der Laufzeit für die Briefwahlen 2.520.000 Briefe, die nicht zugestellt werden. Niemand kann sagen, wie viele Briefwahlunterlagen darunter sind. Das nächste Risiko bei der Briefwahl liegt in der Gültigkeit der abgegebenen Wahlscheine. Wenn man grundsätzlich jedem zutrauen kann, dass die Wahlscheine in den richtigen Umschlag mit der richtigen Farbe gesteckt werden, so kommt es nicht selten vor, dass Briefwahlunterlagen ungültig werden, weil sie nicht korrekt verpackt wurden durch den Wähler und deshalb bei der ersten Prüfung am Wahltag als ungültig aussortiert werden müssen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Zahl der ungültigen Wahlunterlagen bei der Briefwahl ist erheblich höher als im Wahllokal, zumeist wegen fehlerhaftem Versenden und nicht wegen dem Ausfüllen des Wahlzettels. Natürlich gibt es auch neben den vorgenannten Vorfällen betrügerische Elemente. Diese jedoch nicht nur bei den Briefwahlen, sondern auch bei der Auszählung im Wahllokal. Da die Auszählung der Briefwahlen erheblich seltener beobachtet wird als die Auszählung in den Wahllokalen, führt hier ein Betrugsversuch eher dazu, dass er nicht auffällt. Es ist bereits bei Wahlen vorgekommen, bei der Auszählung, dass Wahlscheine abgeändert, ungültig gemacht oder falsch sortiert wurden. Deshalb ist es auch wichtig, die Auszählung zu beobachten. Dabei ganz wichtig auch die Briefwahlen. Unter dem i findest du ein Video zum Thema Wahlbeobachtung. Das Wählen per Briefwahl ist besser als gar nicht zu wählen, nimmt aber dem Briefwähler die Möglichkeit auf aktuelle und kurzfristige Ereignisse, zum Beispiel aufgedeckte Korruptionen, zu reagieren. Nicht zu vergessen, dass erst in den letzten vier Wochen vor der Wahl der eigentliche Wahlkampf der Parteien stattfindet und zu Beginn der Briefwahlen viele Positionen noch nicht vollumfänglich bekannt sind. Jemanden zu wählen, weil man es schon immer getan hat, ist der falsche Weg. Unter dem i findest du Videos zu den Themen Wahlprogramme und über das Wahlsystem, in denen Wege für eine qualifizierte Wahlentscheidung gezeigt werden. Ich bin der Ansicht, dass die Briefwahl nur in Ausnahmefällen und niemals als Standard vorkommen sollte. Das Risiko, selbst wenn man alles beint richtig gemacht zu haben, dass seine Stimme nicht gezählt wird, ist viel zu hoch. In der Demokratie und somit bei Wahlen zählt jede Stimme. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist. Wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.